Nochmal wegen der Sonnenblumenkerne. Früher habe ich mir immer eine ganze Handvoll auf einmal in den Mund gekippt, das Salz abgelutscht und sie dann wie ein Maschinengewehr wieder ausgespuckt. Aber mittlerweile habe ich mehr Übung. Jetzt lasse ich mir Zeit, schiebe sie im Mund hin und her, bis sie in der richtigen Position für den perfekten Biss sind, der die Schale knackt. Dann löse ich den Samen vorsichtig mit der Zunge heraus und dann, das ist der schwerste Teil, bewahre ich den kleinen Samen sicher in dem Zwischenraum zwischen Zähnen und Zunge auf und spucke nur die Schale aus. Und endlich, wenn das alles geschafft ist, zerbeiße ich den Samenkern. Mittlerweile bin ich da Meister drin, auch wenn Sonnenblumenkerne ehrlich gesagt nach nichts schmecken. Mein Dad hat früher auch immer Sonnenblumenkerne gegessen. Von ihm habe ich das. Aber er hat die ganzen Dinge einfach zerkaut. Schalen, Samen, alles. Hat sie runtergeschlungen wie ein Tier. Als ich noch klein war, habe ich ihn immer gefragt, ob vielleicht irgendwann eine Sonnenblume in seinem Bauch wachsen würde, weil er so viele Kerne gegessen hat. Er hat dabei immer irgendein Spiel im Fernsehen angeschaut, Football oder Basketball, und sich nur ganz kurz zu mir umgedreht, eine Sekunde oder so, gerade lang genug, um keinen Spielzug zu verpassen, und gesagt, in meinem Bauch wächst ein ganzer Wald aus Sonnenblumen, Kleiner. Dann hat er die Kerne in seiner Hand wie Würfel geschüttelt und sich eine weitere Ladung in den Mund gekippt und zerkaut. Aber mein Dad hat gelogen, das steht fest. In ihm sind keine Sonnenblumen gewachsen. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Ich weiß nicht viel über Sonnenblumen, aber ich weiß, dass sie hübsch sind und dass Frauen sie mögen, und ich weiß, dass das Wort Sonnenblume aus zwei schönen Wörtern zusammengesetzt ist. Und dieser Mann hatte bestimmt keine zwei schönen Wörter in sich drin oder sonst irgendwas, das einer Frau gefallen könnte, weil Frauen mögen keine Männer, die versuchen, sie und ihren Sohn zu erschießen. Und genau so ein Mann war mein Vater. Es war vor drei Jahren, da ist mein Dad ausgerastet, nachdem der Schnaps ihn noch bösartiger gemacht hat, als er sowieso schon war. Jeden zweiten Abend ist er zu einem anderen Menschen geworden, als hätte er sich in einen Verrückten verwandelt. Aber an dem Abend hatte meine Mutter endlich beschlossen, sich zu wehren. Und an dem Abend ist alles noch viel schlimmer geworden. Ich hatte den Kopf zwischen Matratze und Kissen gesteckt, das hatte ich mir angewöhnt, wenn sie gestritten haben, und da ist meine Mutter in mein Zimmer reingeplatzt. Wir müssen abhauen, hat sie gesagt, und die Decke von meinem Bett gerissen. Und als ich mich nicht schnell genug bewegt habe, hat sie geschrien, mach schon! Dann weiß ich nur noch, dass sie mich durch den Flur gezerrt hat und ich über meine Füße gestolpert bin. Und da habe ich mich umgedreht und habe ihn gesehen, mein Dad, wie er aus dem Schlafzimmer gestolpert kam, mit blutigen Lippen und einer Pistole in der Hand. Zwing mich nicht, das zu tun, Terry, hat er halb wütend, halb flehend gerufen, aber Mama und ich sind weitergerannt. Dann das Geräusch von einer Pistole, die entsichert wird, das Geräusch einer Tür, die entriegelt wird, und in dem Moment, wo sie die Tür aufstieß, hat mein Dad abgedrückt. Er hat auf uns geschossen. Mein Vater. Auf uns. Seine Frau und seinen Sohn. Ich habe mich nicht umgedreht, um zu sehen, was er getroffen hat. Ich hatte solche Angst, er könnte mich erwischt haben. Oder Ma. Der Knall war schrill und laut. So laut, dass ich das Gefühl hatte, mein Kopf würde explodieren. So laut, dass mein Herz aussetzte. Aber das Verrückte war, dass der laute Schuss meine Beine noch viel schneller machte. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber so kam es mir jedenfalls vor. Entschuldigung. Wir sehen uns. Vielen Dank.